Wo sind wir denn hier jetzt so genau? Also wir sind am Fuße des Schönbergs und da ist die Sängerruhe. Die ist erbaut worden 1923 vom Gesangverein Freiburg-Sankt-George. Max, wir sind jetzt hier am Rostplatz. Du hast uns erzählt, dass du hier oft einmal spielst. Kannst du uns mal erzählen, was ihr hier alles macht? Also wir spielen hier Verstecken, Fang und wir hatten hier auch mal ein Baumhaus. Das wurde abgebrannt von Littenweiler, unseren größten Feinden. Dann hatten wir hier auch mal ein Tipi, das wurde auch kaputt gemacht von Littenweiler, wie man hier auch noch die Reste sieht. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, dass Vorurteile abgebaut wurden, beziehungsweise auch korrigiert. Zum Beispiel Kinder sitzen nur am Computer. Jetzt haben wir von den Kindern gehört, dass sie ganz schön viele verrückte Sachen spielen, schöne Sachen spielen, spannende Sachen spielen.